Hey Leute, was geht? Dales of M4S wieder hier mit einem weiteren Video zu Life is Strange Before the Storm, Let's Play und im Hintergrund spricht The Death Maker. Wir haben einfach beide das gesagt, ja und Live Play auch. Nö, Alter, der ist stumm. Ernsthaft? Okay. Warum hast du den Stumm gescheitert, Alter? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hat noch nie kleine Kinder reden hören. Ah, Miss Klammer, Wien. Nein, Spaß beiseite. Jetzt, Alter, was jetzt? Oh, eine Pumpe kann auch gefunden. In der Zeit. Oh, ich dachte ja, diese Pflanze da oben wäre ein Spieler. Boah, Alter. Ja, ich denke, das ist nicht gut. 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 Oh, fuck. Nicht dein Ernst, da oben ist jemand. Kann ich mich wegballern? Bitte komm vom Dach, bitte. Komm vom Dach, Alter. Ich will dich wegballern. Ich will dich wegballern. Ich will dich wegballern. Was macht der denn? Warum schießt der? Da sind zwei Leute drin. Ich lasse sie sich selbst bekriegen und jetzt gehe ich rein. Nein. Der hat sowieso jetzt gerade Low Life. Hilf. Sorry. Sorry. Was einer. Alles klar, Mann. Wahrscheinlich One-Hit. Aber hey, meine Dings-Quest kann ich auch jetzt schon abschließen. ich hoffe ist jetzt nicht mitten auf der route oder direkt am anfang ich will mal zu London wieder jetzt weil da können zwei Tron sein Mama ist online Mama ist jetzt auch wach komplett meine ich halt ja ich weiß dass ich lässig also wenn du schläfst ja dann ja aber jetzt gerade wachst du am Handy als ob die pumpkin so eine range hat ich habe den ein von da oben einfach so von hinten getroffen aufzunehmen wenn ich auch mal finde ich auch muss noch nie jetzt ach da unten ist er denn sie haben in der dieser dieser wollen dieser kleine lang mit dem gibt es alter dann lädt ich immer so einer ein die ganze Zeit in so eine Party Mann alles klar dann block ihn doch block 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 jetzt guck ich um mich herum also ich sehe niemanden super Lonely gehört mir heißt nicht umsonst Lonely vier Nachrichten Jelda Leute Leute es ist keine Werbungsgruppe doch ist es für mich schon für mich ist es eine Werbungsgruppe statt Klassengruppe ne Werbung ich höre jetzt schon die Kiste ob sie ein zweiter bitte eine gute woche okay damit kann ich leben gibt es eigentlich ein ein was einen Schrottplatz hier irgendwo in Traunheim oder generell in der ich glaube nicht jemand hat mich einfach gerade gesnackt alter woher hat er jetzt schon eine Sniper hat eine taktische gefunden äh viel äh viel äh viel äh viel äh viel okay ja ich habe ja gerade gesagt viel äh viel äh viel und damit war ich äh lag nicht sogar richtig wieso was willst du jetzt von einer boombox boomen boom 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 box 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 es liegt da draußen eine scheiß Maschinenpistole egal ich gehe sie mir holen zumindest die Munitionen die Maschinenpistole braucht manchmal eh kein Mensch aber ich kann mir immer noch nicht äh vorstellen dass ich gerade gesnackt wurde aber der nicht getroffen hat what the fuck das war sooo impressive alter wurde ich gerade schon wieder gesnackt jetzt mal ernsthaft langsam langt es alter ich höre schüsse und das ziemlich nah kommt dann scheiß auf die scheißgranaten ich habe die scheißkiste zerstört nein schädel hättemt immer eh eh hier ist ja noch mal kiste hallo als ein bruch oder was ok ich hab Schatz alter warum lagst du so warum lagst du so alles klar wer spielt da Mario? niemand Marc guckt ein Video da kam der Song gerade von Mario scheiße oh ich muss in den fucking kreis oh ich glaub das werde ich nicht schaffen oh das radio läuft hier noch alles klar die Scheitern sind so gut gegangen upsie ich wollte nicht schießen boom 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 warte hier irgendwo ist doch ah hier ist es ist die nächste Trophäe kanonenwand na das klar t 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 r Ah, Marcel hat dich vorhin abgestochen. Mit ner fucking Schere. Da lag Munition, aber egal. Ich hab sowieso so eine Waffe nicht. Werde ich auch nicht haben. Will ich auch nicht haben. Ich hab gerade noch überhaupt keinen Spieler gesehen. Aber wurde am Anfang gesnapft. Ja, gut. Alles klar. Ach egal, der Nachbar wird schon dadurch nicht sterben. Nein, mach ich nicht. Rabenhaare? Tarot-Turm? Rorschach-Schädel? Ne, ich glaub ich ne Rabenhaare. Das wird bestimmt richtig geil. Rabenhaare? Seit wann hat ne Rabenhaare? Ich... Glaub, das lass ich so. Bonus-Outfit? Au, 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 au. Wie kann ich jetzt weg? Nein, was, einer? Hallo, ich will das hier nicht mehr. Was soll der Scheiß? Äh, jetzt hab ich die Gange. Äh, ich glaub ich weiß, was ich machen muss. Alter, vielleicht mit dem Stream-Copyright. wir sind ganz gut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, nicht wegen dir. Doch nicht wegen Mark. Nein. 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 Werner Abschlagerung Gibt's hier drinnen noch irgendwas? Also kann ich raus umzugehen. Okay, Lonely war gerade doch nicht die beste Idee. Mal sehen, wie viel Part sich jetzt in dieser Episode machen. Kann sein. Ob es vielleicht 10 sind oder so? 20? 20? Ja. Also ich geh da nach hinten. Folgt mir jemand? Nein, dann kann ich auch direkt ins Haus gehen. Aber erst geh ich immer nach hinten. Arbeit, Zuhause, Arbeit. Geil, 2 Thron, 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 2 Thron. Hier ist die nächste Trophäe, Leute. Bitte. Bitte sag episch oder legendär. Oh, Mano. Egal, vielleicht hab ich beim nächsten Glück. Episch oder legendär? Oh, noch mehr Pech, Alter. Deine liegt noch verbannt, glaub ich, bei deiner Waffe. Ne, nur Munition, sah gerade aus wie ein Verband und Munition, aber ist doch nur Munition. Ah, ok, soweit muss ich nicht laufen. Ah, fuck egal. So, jetzt. So, ne Waffe habe ich zwar nicht? Aber egal. Du, fuck, war das gerade? Oh, noch mehr Verband. Oh, wie geil. Pompidou ist ja noch ganz klein in diesem Spiel. Wie süß der Hund ist. Wow. Hier habe ich ja nicht mal eine Waffe rausbekommen. Wie geil. Nö, ja voll kaputt. Wie bloß man sieht! Waist heute. eine grüne waffe eine taktische es ist pompidou ist französisch französisch für was sehe ich so aus als könnte ich französisch alles klar brenn nicht dein ernst nicht dein ernst ne legendäres gahre ob das sagt dass das für musik alter was der fack ist das für musik nein nein ja 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 ich muss jetzt zwei antworten richtig machen was hat er gefunden der spaß die sonst krieg das nicht hin ich hänge so sind sie mich aus langweiler aufhängen doch scheiß trick jetzt will ich nicht sterben immerhin habe ich eine legendäre skar gefunden ich hab's nicht geschafft was ein scheiß rektor wie du hast es nicht geschafft statt böse ja geil ist es nicht gut alles klar wie kann ein hund quatsch machen ist das sein ernst er bot eine base da oben was wie hat er mich zu kraft bekommen alter ich verstehe dieses scheiß spiel nicht mehr 旅 ja Vielen Dank. Oh, Christus, kommst du? Christus, kommst du? Ja, okay, dann mache ich noch eine Runde. Alles klar, der macht Musik an. Okay. 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 Ich hasse das, wenn es sich selber bewegt. Hier diese zwei Häuser. Da. Okay. 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 Möchtest du mit mir hier hin, oder? Ja, okay, geht weg, perfekt. Geil. Warte mal... Was ist das hier? Nee. Ah, das ist die Tür links. Das ist das da. Ja, habt ihr auch Granaten. Im ersten Mal, Mann. Ah, das ist das. Höre noch mit Ruhe. Hä? Christus, wie oft hattest du schon die... ... Rauchgranaten? Ich hab die jetzt auch zum ersten Mal. Alles klar, Christus. Ich geh hier nochmal in die Garage rein. Upsi, falsche Richtung. Geil, hier ist nix. Warte mal, wo ist der? 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 Alles klar. Kann ich da nicht? Wo ist der? Doch! Ich habe den Kopf gesehen, Bitch. Garten zurück und tritt zu den Sprindern. Er schließend widmet ihr euch dem Vogel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar. Dann... ... Warte mal, wo kann ich denn dieses Graffiti jetzt? Ah, hier. Perfekt. Hab sein SKH gefunden. Ja. Ja, okay. Nächste Trophäe. So, den Schlüssel nehmen. Hab jemanden mal da. Der hatte ne fucking GAH und hat sie nicht gut eingesetzt. Es war gerade so ein... Munitionsküste! Da ist jemand. Da ist jemand. Aua, 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 aua! Was ein Idiot. Er versucht mich zu snipen. ... Oh Ahem. xd wo 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 Das kann nicht sein Scheißernst sein, oder? Ich renne einfach. Straight run. Wow, Alter, kann, das kann nicht dein Scheißernst sein? Boah, was ist das für ein kleiner Hurensohn gewesen, Mann. Der kommt einfach die ganze Zeit von hinten. Kleiner Pedo, Alter. Das ist ein kleiner Pedo, Alter. Der stalkt mich von hinten. Nein, 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 nein. Okay, jetzt hört's mir bei. Warte mal, da ist noch... Bevor... Ihr findet frisch und spezifisch, lauft durch den noch weichen Bolton und verewigt euch danach in diesem... Alles klar. Hier ist das neue. Hier ist noch ein Graffiti, Leute. Für die nächste Trofea. Auf Playstation 4. Und dann geht's hier rein. Warum? So, Leute, und das war's jetzt mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.